Hallo meine lieben Deutschlerner! Ich bin Marina. Ich bin Mia. Ich bin Manuel. Ich bin Fabian. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute stellen wir euch Alternativen für Ja und Nein vor. Los geht's! Fabi, möchtest du Schokobuchen essen? Natürlich. Fabi, möchtest du auf Eis essen? Ja. Lilja, möchtest du Kakao trinken? Auf jeden Fall. Lilja, möchtest du Marmelade auf deinen Pfannkuchen haben? Selbstverständlich. Fabi, wollen wir raus in den Schnee gehen? Auf alle Kinder. Lilja, hast du Hunger? Das kannst du glauben. Fabi, wollen wir zusammen spielen? Natürlich. Runde 2. Alternativen für Nein. Los geht's! Lilja, gehst du bei dem Sturm aus? Auf keinen Fall. Fabi, gehst du bei dem Sturm aus? Niemals. Lilja, hast du Hunger? Nicht wirklich. Fabi, hast du Lust auf Brokkoli? Wo sitzt du? Lilja, möchtest du mit dem Brokkoli essen? Eigentlich nicht. Das war's für heute. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helpen und ihr benutzt diese Alternativen in Zukunft auch. Der heutige liebe Gruß geht an Juan Carlos Lobo. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns in diesem Video gleich wiedersehen. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!